Oh mein Gott, so. Und, oh mein Gott. Eins, zwei, hoch. Was zur Hölle? Ja, okay. Was war das denn bitte? Was war das denn bitte? Ja, Mama Mia. Was war das denn für ein Scheiß? Was war das denn für ein Scheiß? Eins, zwei, drei. Ja, okay. Gut. Warum macht der Stern jetzt Probleme? Oh Gott, oh Gott. So. Dann eben den erst zuerst. Ach, du heilige Scheiße. So. Ich hoffe, der macht jetzt keine Probleme. Und das sind immer so komische Fehler, ne? Die wirklich sehr, sehr komisch sind. Und ich hoffe, ich habe die zweite Säule getroffen. Nein, natürlich nicht. Oder, ach, es war wieder die Säule. Okay, gut, gut. Warum auch immer. Und. Ernsthaft. Ja, der Run ist tot, eigentlich. Was zur Hölle geht hier ab? Ja, ich starte ja jetzt halt auch wieder hier. Nee. Okay, Leute, sorry. Der Run ist leider tot. Okay. Was ist das hier passiert jetzt noch am Ende? Aber egal. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir haben ja den Rekord geschafft. Und wir haben hier bis BbH minus 40 Sekunden fast. Also unter 60 könnten wir hinkriegen. Reset? Nee. Man muss es ja nicht übertreiben. Aber ich stream jetzt auch schon drei Stunden. Das passt schon. Auch wenn ich wirklich so das Gefühl habe, dass ich jetzt auch nochmal die Zeit schlagen kann. Aber egal. Ich denke, ich denke, das ist für diese Woche auf jeden Fall ein sehr guter Fortschritt. Und der Run war echt hier göttlich. Der war sehr gut. Bis hierher. Und ja, das war aber sehr komisch, ne? Das war sehr komisch. Und ich weiß nicht. Ich starte jetzt hier wieder in der Pyramide, ne? Ja. Okay. Dann kann ich mir jetzt mal einen Stern für die 120 Sterne üben. Loll. Und... So viel zum Üben. So viel zum Üben.